Die SPD würdigt ganz ausdrücklich das Engagement der evangelischen Christinnen und Christen in Deutschland. Es ist total klasse, dass so viele in den Kirchengemeinden sich engagieren, ehrenamtlich in der sozialen Arbeit, gerade in den letzten Jahren bei der Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland. Und dieses Engagement ist für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft wichtig, um gar nicht wegzudenken. Deshalb wollen wir als SPD dieses ehrenamtliche Engagement noch viel stärker unterstützen. Die evangelische Kirche spielt eine wichtige Rolle. Sie ist Anwalt der Schwachen und sie weist uns auch in der Politik immer wieder darauf hin, dass wir uns um die Schwachen kümmern müssen, um die Langzeitarbeitslosen. Und das ist eine wichtige Rolle und eine gute. Und deshalb ist das Verhältnis zwischen der SPD und der evangelischen Kirche auch ein sehr gutes. Wir haben einen Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD. Auch da engagieren sich viele Menschen, die aus einem christlichen Verständnis heraus sich für sozialdemokratische Werte einsetzen. Und das ist eine wichtige Rolle.